Am 30. September 2015 versteigern wir vom Auktionshaus Künker in unserer Auktion 268 die Sammlung Numitor mit Münzen und Medaillen des Erzbistums Salzburg. An ihr lässt sich die Geschichte dieser wichtigen Kirchenprovinz von der beginnenden Neuzeit bis zur Säkularisation erzählen. Wir schreiben das Jahr 1500 In Augsburg beschließt der Reichstag mit der Reichsexekutionsordnung eine erste im ganzen Reich zuständige Strafverfolgung von Landfriedensbrechern. Pedro Cabral betritt als erster Europäer Brasilien und die Franzosen vertreiben die Sforza aus Mailand. Man könnte mit diesem Jahr 1500 die Neuzeit beginnen lassen, doch sind die Übergänge in der Geschichte fließend, genauso wie in der Münzprägung. Ein gutes Beispiel dafür ist diese Münze des Leonhard von Keutschach. Er bekleidete zwischen 1495 und 1519 das Amt eines Erzbischofs von Salzburg. Leonhard steht, genau wie seine Münze, irgendwo zwischen Mittelalter und Neuzeit. Ganz in der Tradition des Mittelalters zeigt die Vorderseite den Stadtheiligen von Salzburg, den heiligen Rupertus mit Salzpfass und Bischofstab. Rupertus war der erste Bischof von Salzburg. Er stammte aus adeligem Geschlecht und bekam deshalb vom Bayernherzog die Erlaubnis zu missionieren. Dafür brauchte er ein Hauptquartier. Das fand er in einer kleinen Siedlung namens Juwavum, die um ein seit der Antike bestehendes Kloster gewachsen war. Bald wurde er aus Juwavum Salzburg, weil Rupertus sein Hauptquartier mit Gewinnen aus dem Salzhandel finanzierte. Lange glaubten die Numismatiker, die Darstellung des Rupertus gehe auf eine Idee des Leonhard von Keutschach zurück. Doch dann erhielt das Münchner Münzkabinett einen uniken Goldgulden mit einer ähnlichen Darstellung. Durch den kleinen Schild mit dem Geschlechterwappen unter dem Stiftswappen ließ sich die Münze als eine Prägung des Siegesmund von Volkersdorf identifizieren. Der amtierte zwischen 1452 und 1461. Er war der letzte Erzbischof des Mittelalters, der in Salzburg Münzen prägen ließ und der erste, der Rupertus als Münzbild wählte. Das Auktionshaus Künker ist stolz darauf, das zweite bekannte Exemplar dieses wichtigen Münztyps anbieten zu können. Aber zurück zu Leonhard von Keutschach. Auf seinen Schaumünzen im mehrfachen Dukatengewicht präsentiert er sich als Renaissancefürst mit seinem eigenen Porträt. Die Rückseite zeigt das berühmte Rübenwappen. Es ist mit einer launigen Sage verbunden, die erzählt, dass Leonhard in seiner Jugend ein Lotterleben führte. Bei einem Besuch des etwas biederen Onkels habe der junge Mann den Bauern derart gegen sich aufgebracht, dass der ihm eine Rübe nachwarf. Leonhard soll sich danach gebessert und die Rübe als Erinnerung ins Wappen übernommen haben. Tatsächlich besaß der aus einem alten Adelsgeschlecht stammende Leonhard gar keinen Onkel, der Rüben angebaut hätte. Und die Rübe war seit anderthalb Jahrhunderten Teil des Familienwappens. Sein Nachfolger, Matthäus Lang von Wellenburg, hatte andere Wurzeln. Er stammte aus einer Augsburger Bürgerfamilie und war ein Günstling von Kaiser Maximilian I. Kein Wunder, dass Ulrich Ursenthaler, der beste Stempelschneider des Kaisers, die meisten Stempel zu den Schaumünzen des Erzbischofs schuf. Matthäus Lang von Wellenburg war ein hoch angesehener Diplomat, was ihm auch die Gunst des Papstes sicherte. Der verlieh ihm 1535 das Amt eines Kardinalbischofs von Albano. Dieser doppelte Guldiner ist der Standeserhöhung gewidmet. Auf der Vorderseite weist die Umschrift auf das Amt eines Kardinals von Albano hin. Auf der Rückseite ist der Gallero zu sehen, der Kardinalshut, mit den seitlich herabhängenden Quasten. Johann Jakob Kuhn von Belasi trat sein Amt 1560 an. Er war ein überzeugter Anhänger der Gegenreformation. Anteil an seiner Politik haben die prachtvollen Münzen, die sein Amt als Erzbischof in den Mittelpunkt stellen. Auf der Vorderseite, dieses zwölffachen Dukaten, sehen wir kein Porträt, sondern lediglich das Familienwappen mit Kardinalshut. Auf der Rückseite sind die Patrone des Erzbistums abgebildet. Links Rupert mit dem Salzfass, rechts Virgilius, den Arm auf ein Modell des Doms gestützt. Der heilige Virgil war im 8. Jahrhundert Bischof von Salzburg gewesen und hatte die erste Kathedrale erbaut. Deshalb wird er immer mit dem Dommodell dargestellt. Johann Jakob Kuhn kämpfte nicht nur mit den Protestanten, sondern auch mit der Pest. Die wütete in Salzburg zwischen 1571 und 1582. Mit dieser schrecklichen Seuche kann man das Aufgreifen eines früheren Motivs in Verbindung bringen, das wir auf einem doppelten Schautaler von 1571 finden. Er zeigt die heilige Radiana. Sie gehört seit Matthäus Lang von Wellenburg zum Salzburger Motivschatz. Er hatte der Heiligen, die Arme und Kranke im heimatlichen Wellenburg gepflegt hatte, eine Kirche erbaut und Münzen prägen lassen, die ihr Martyrium zeigen. Zwei Wölfe fallen die Heilige an und verletzen sie so schwer, dass sie drei Tage später verstirbt. 1587 wurde Wolf Dietrich von Reitenau zum Erzbischof von Salzburg gewählt. Etwa gleichzeitig begann im hintersten Ungarn ein neuer Krieg zwischen den Habsburgern und dem Osmanischen Reich. Wolf Dietrich unterstützte die Habsburger. Er rüstete ein kleines Heer aus, das in den Krieg zog und 1593 nach Salzburg zurückkehrte. Ohne eine einzige Schlacht geschlagen zu haben. Nichtsdestotrotz feierte Wolf Dietrich seinen Einsatz für das Reich. Jeder, der dabei gewesen war, erhielt eine für diesen Anlass geprägte Münze. Sie zeigen einen windumtosten Turm mit dem Bibelzitat »In der Hoffnung auf Gott werde ich nicht getäuscht werden«. Die einfachen Ränge erhielten einen Thaler, die höheren eine Goldmünze im mehrfachen Dukatengewicht. Und natürlich schickte der Erzbischof solche Münzen auch an die Münzkabinette der befreundeten Herrscher Europas. Die sollten ja von seinem Engagement Kenntnis erhalten. Wer diese Turmprägung im Wert von zehn Dukaten erhielt, wissen wir nicht. Aber er muss ein bedeutender Mann gewesen sein. 1628 konnte Erzbischof Paris von Lodron den gerade vollendeten Salzburger Dom feierlich einweihen. Acht Tage dauerte das barocke Fest. Es begann am 24. September mit einer feierlichen Überführung des Reliquienschreins in den neuen Bau. Ein kleiner Ausschnitt der prachtvollen Prozession ist auf dieser Münze abgebildet. Wir sehen vier Bischöfe, die den von einem Baldachin bekrönten Reliquienschrein tragen. Zur rechten schreiten zwei Engel mit dem Weihrauchgefäß. Auf der Vorderseite sind Rupertus und Virgilius abgebildet, die zwischen sich ein Modell des neuen Doms halten. 1682 gab es ein weiteres Fest. Stift Salzburg feierte seinen 1100. Geburtstag. Natürlich wurden an diesem Feiertag die wichtigsten Reliquien des Domes in einer großen Prozession durch die Stadt getragen. Wir sehen ihre Eigentümer hier. Seit 1020 sind die Reliquien des heiligen Martin von Thur für Salzburg bezeugt. Wir sehen ihn hier mit der Martinsgans zu seinen Füßen. Es folgt der heilige Vinzenz, dessen Knochen um 900 erworben wurden. Reliquien vom heiligen Hermes brachte Erzbischof Liupram 851 als römisches Souvenir aus der Hermes-Katakombe mit. Und der Papst selbst schenkte dem Salzburger Erzbischof Adalwin die Gebeine des heiligen Ehepaars Chrysanthus und Daria. Der Löwe an Darias Seite weist übrigens nicht auf ein Martyrium hin. Im Gegenteil, er soll die heilige Frau beschützt haben, als man sie in ein Bordell verschleppte. Wenige Jahrzehnte später war die Blüte der katholischen Kirche vorbei. Die Aufklärung hatte gewonnen. Über Reliquien wurde nur noch gelacht. Die Fürstbischöfe stellten ihr weltliches Amt in den Vordergrund. Geradezu mustergültig spiegelt diese Prägung des Franz Anton von Harrach den mentalen Umbruch. Keine Heiligen mehr im Münzbild, Wappen, Insignien und eine einfache Inschrift. Das ist schon genug. Das Porträt des Fürstbischofs ersetzte immer öfter den heiligen Rupertus. Trotzdem ließ Leopold Anton von Firmian im Jahre 1731 die Protestanten aus Salzburg vertreiben. Sein Handeln wurde vom zeitgenössischen Europa als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit empfunden. 20.000 Familien mussten ihr Heim ohne Entschädigung verlassen. Ein Fünftel von ihnen kam auf der Flucht ums Leben. Kein Wunder, dass viele Medaillen entstanden, die das Handeln des Salzburger Bischofs verurteilten und die Hilfe protestantischer Fürsten feierten. Wie es auch dieses Stück tut. Auf der Vorderseite sehen wir eine Emigrantenfamilie in der typischen Salzburger Tracht. Auf der Rückseite zeigt ein Engel einem Flüchtling die Burg Zion als Symbol für das Reich Gottes. Im 18. Jahrhundert präsentierte sich Salzburg schon fast so, wie es sich heute den unzähligen Touristen zeigt, mit dem Salzburger Dom und der Festung Hohen Salzburg im Hintergrund, mit der Stiftskirche St. Peter, der Franziskanerkirche und der Kollegienkirche rechts davon. Tatsächlich blieb dem Erzbistum nicht mehr allzu viel Zeit. Die französische Revolution stellte die kirchliche Herrschaft in Frage. Auch in Salzburg sah sich Erzbischof Hieronymus von Coloredo Anfeindungen ausgesetzt. Ein gutes Beispiel dafür ist dieser Konventionstaler von 1790, den Numismatiker als Löwenthaler kennen. Löwen als Schildhalter, das passte dem bayerischen Herzog nicht. Löwen, die wollte er für Bayern reservieren. Er erhob Einspruch und Coloredo ließ fast die gesamte Emission einschmelzen. Nur sieben Stück blieben übrig. Davon wurden in den letzten 100 Jahren nur zwei Exemplare angeboten. Eines davon wird jetzt bei Künker versteigert. Wir vom Auktionshaus Künker freuen uns, Sie zu unserer Herbstauktion 2015 einzuladen. Haben wir Sie mit diesem Film neugierig gemacht, empfehlen wir Ihnen, an unserer Auktion 268 am 30. September 2015 teilzunehmen. Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Vielen Dank.